Mit dem neuen Smartcard wird das Einkaufen zum Erlebnis. Kein Stress, kein Gedränge und kein Anstehen mehr. Melden Sie sich einmal an und installieren Sie die App auf Ihrem Handy. Planen Sie in aller Ruhe, was Sie brauchen. Von nun an haben Sie Ihren Einkauf fest im Griff. Sobald Sie den Supermarkt erreichen, verbindet sich die App mit dem Smartcard. Ein Wagen wird für Sie synchronisiert. Eine effiziente Route mit allen Stationen wird aufgebaut. Inspiriert durch Ihre Profileinstellungen nimmt das Smartcard Sie mit auf eine kulinarische Reise. Kein lästiges Suchen mehr. Das Navigationssystem führt Sie direkt zum gewünschten Produkt. Was einfach war, bleibt einfach. Sie legen ein Produkt in den Smartcard und ein integrierter Scanner registriert die Ware. Kein Rechnen und Vergleichen mehr. Sie haben immer Ihre Kosten im Blick und alle Angebote parat. Durch intelligente Leitungssoftware kommt es auch in Stoßzeiten nicht mehr zu Anballungen. Wünschen Sie zu einem Produkt weitere Informationen, halten Sie es einfach an den Frontscanner. Und natürlich sind Sie immer offen für neue Vorschläge. Was immer lästig war, fällt weg. Es gibt keine Kassen mehr. Sie bestätigen den Einkauf und bezahlen später bequem per Lastschrift. So haben Sie Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank.